Das Spiel war einfach unglaublich. Am Anfang war es ein bisschen ausgeglichen, aber dann hat Toscha einfach dominiert. Es war einfach Wahnsinn. Es war wahnsinnige Atmosphäre im Stadion. Super, einfach super. Ich würde sagen, vielleicht würden sie es machen in Nummer 1 sein dieses Jahr. 2010 Deutschland, über alles. Über alles. 4 Jahre. 4 Jahre. Give it up. No, it's all over. It's all over. Germany! Germany! I mean, from what we saw at the last World Cup to what we see now, it's just, I don't know, it's not the same game. It's not the same game they're playing and it looks like they're having a bit of problems with the team. Yeah, it's just disappointing. Good evening. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.